Und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Little Miss Fortune. Willkommen hier in Phantasmagoria, wo es gleichzeitig Spaß und Horror gibt. Zumindest hoffen wir mal das mal. Wir haben schließlich ein Ticket. Wir wollen noch irgendwas fahren. Keine Ahnung was es für Achterbahnen hier gibt. Aber ich bin mal gespannt. Also ich als Kind, ich bin hier gern auf Geisterbahn gewesen. Huch. Eww, you know, once I saw a documentary on TV about hot dogs. And now I don't want to eat hot dogs. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Keine Musik. Moment. Ähh. Verstaulich. Na gut, okay. Oh. Oh. Sorry about that. I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shot my eyesight and see nothing. Das ist halt ein bisschen komisch, weil es nicht erschreckt. This looks like Benjamin, but creepier and angrier. Oh, was macht er absichtlich? Er will uns schließlich ja... ... ... ... ... ... ... ... knobht man's nicht einreden, das der Buchs schlecht ist? 邊 viv inzwischen, ich würde niets.. Uh, ich werde nachher noch eine Band spielen? Oh, das wäre noch schön. Karussell, ja. Mit Einhörnern. Oh, klingt nett. Ja, und ihr zwei kennt die auch schon. Ich habe euch schon gesehen in der Stadt. Oh, Süßigkeiten. Alle weggeschmissen. Aber essen wir die jetzt? Ja! Of course, it's free candy. Valicious. Okay, Süßigkeiten, Zigaretten, Schnummel, eine Tablette, was das gelbe ist, das rechteckige, der Quadrat meine ich. Keine Ahnung. Das andere ist noch ein Ast. Ob das hier auch Glitter ist. Was du musst denn machen, haben wir einen Kuh. Oh Gott. Oh nein, wir hätten die Tablette auch nicht essen sollen. Uh-huh. Oh. 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 Oh, mein Herz tut. Was ist das, Miss Fortune? Ich weiß nicht. Ich denke, das Kuh macht mich schlecht. Ich habe dir gesagt, es nicht zu essen. Ja, das ist wahr. Schade mich. Ich bin noch Miss Fortune. Oh, viel besser. Okay. Aber trotzdem, wir sind immer bedenkt, wie das... Typische Familiendille. Die Mutter haben wir die ganze Zeit im Rauchen. Oh, Geisterhaus. Das habe ich besonders gehasst. Also, Karussell. Bevor wir gehen, willst du nicht deine Ticket benutzen? Ah, ja, meine Ticket, natürlich. Ah, es gibt nur zwei Attraktionen hier. Ich kann mich auch nur vereinen von den beiden entscheiden. Schade. Okay, dann schlagen wir vor. Wir fahren Karussell. Mit Ninehorn. Eine richtige kleine Lady. Check out those sweet unicorns. Look, little baby sweet unicorn. This is your family. Say hello. Did you say? Okay. Now say bye bye. And we'll go. Is this the ride you want to spend your ticket on? Ja. Yes. All right then. Have a pleasant ride. Auf zweite Mal mach ich das aus ins Geisterhaus. Oh. Oh, Blitzschwelle. We'll see how cute he prizes it is. Ohhhhh. Ich bin zu schnell. Es war Spaß. Gut, gut. Geh einen tiefen Wundern und du fühlst bald besser. Gut, gut. Jetzt, lass uns das Boot finden. Das Boot? Okay, ich bin okay. Dann werde ich das hier benutzen. Also das Horror House. Hara? Aber soll das bitte schön sein Horn angefasst haben? Oh, es gibt ein paar Spiele hier. Kann ich einen spielen? Oh, natürlich. Du musst einen spielen, bevor wir auf dem Boot verlassen. Ich liebe es hier einfach, nicht wahr? Wer nicht? Ich will jetzt ein Spiel spielen. Okay. Mit echten Patronen? Aha. Das kennt man natürlich. Aber das hier können wir auch spielen, oder? Okay, da geht's jetzt raus. Okay, ähm. Ja? Können wir hier noch was kaufen? Check those sweet rewards. A golden sugarly coin. A cute tiny skirt. And a doll. Ah, dammit. I'm kinda low on reward tickets. Ein Ticket, zwei Tickets, drei Tickets, da kriegen wir die Puppe. Okay, also die Puppe muss ich definitiv haben. Ah, das ist der Skelett. Mit seinem Smoking, das gefällt mir genau. Sweet, a fortune teller. Can I try this? It looks like you need a reward ticket. Ah, okay. Also ich muss alle beiden spielen, also häufig spielen wie ich will, bis ich dann alles habe. Oh. 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 Here's my luck. Oh, Miss Fortune. I'm sorry about the balloon. Don't worry. Thank you anyway. Ah, so gut. Dann schauen wir vor. Wir beginnen zuerst mal mit Wecker Fox. Check this out. Ja, natürlich. Are these tiny foxes like Benjamin? They're dangerous foxes. Pretend they all stole your eternal happiness and whack them. Whack them. Okay. Hey. Begins. Oh no, I'm not. Come to the slag. Boink. Oh no, I'm not. No. Hey, my. Boink. Hoop. Whoops. Dann we won't win. Well. You can try as many times as you want. Ah, okay. Das finde ich sicher das Beispiel. Und diesmal besser! Ha ha! Noch mal, noch mal! Juhu, ein Ticket haben wir! Okay, hören wir mal auf kurz. Vielleicht noch andere Spiele spielen. Vielleicht kann ich das hier besser, also. Das ist frei, ich möchte es spielen. Oh, bitte, spielen Sie es. Play es so viel wie Sie wollen. All right. Check this out. Jetzt mit realen Ballets. Fanzu! Ich denke, ich habe das Spiel verloren. Es sieht aus. Massake! Ja, das war es definitiv. Wir können nur das Spiel spielen. Also, jetzt habe ich ein Ticket. Warte mal kurz. Das war es jetzt noch mal. Also, wir brauchen jetzt hierfür eins. Eins. Also, eben zwei, vier oder sieben. Okay, jetzt muss ich das Ganze mit sieben Tickets haben. Und dann werde ich mal weitermachen. Ich hoffe, ich hoffe einfach mal, dass ich das hinbekomme. So schnell wie möglich. So, dann bin ich wieder. Es hat alles geklappt. Man muss mindestens sieben Mal treffen, um ein Ticket zu bekommen. Das ist ja nicht so schwer. Das Problem ist einfach nur, wenn man den Controller spielt. Nur ein bisschen daneben. Also, wenn, sagen wir mal, die Wackermode links ist. Und du ein bisschen links unten ziehst. Dann gibt es schon als Fehltreffer. Ah, das hat trotzdem ein paar Versuche gedauert. Alles gut. Dann nehmen wir zuerst mal die hier. Miss Fortuna. Sweet. A fortune teller. Can I try this? Ja. Hello. I am Miss Fortune Ramirez Hernandez. And I want to know the future of me. Please, thank you. Once you see the beyond, the beyond sees you. And you can be sure, it will be coming for you. The beyond is coming for me? What's the beyond? Want to try again? Nein. Könnte zwar noch einmal, aber das wenig ist nicht. Also, dann nehmen wir zuerst mal das hier. Die Puppe. Oh, one of those dolls again. I want it. Reality will transform into what the child desires the most. Ah, really? A desire, you say? Ah, dann wünscht sie sich auch so konkret eine glückliche Familie zu sein. Na ja. I like the desires. What did you choose? Nothing. Dann nehmen wir erst noch das, äh... die Natalia? That golden chocolate coin looks delicious. I'll take that. Oh, chocolate. I know who will look amazing in this tiny skirt. Shadam! There you go, Unicorn. You look like a sweet little lady. Ah, neatlis. Reiche Damen, Erfolg haben wir bekommen. Alles gut. Wohl... Ah, ich habe jetzt noch ein Ticket übrig, also machen wir's doch mal. Nein, ich habe keine Tickets mehr. Nein, ich habe keine Tickets mehr. Jetzt. Also gut, jetzt gehen wir mal raus aus dem Park. Oh, zum Schwanensee. It says you need one golden coin to ride the boat. Huh, okay. Jetzt sind wir keine Goldmünze. Ich meine, wir haben keine Goldmünze. Nein, nein, nein. Okay, gut, ihr habt gewonnen. Ich gebe ihnen die Goldmünze. Check this boat out. Check this boat out. It's like a black swamp. How cool is that? Really, really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just one golden coin. I got this sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would. Now see, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? Ja, wir fahren. This is going to be so cool. I hope we don't get attacked by a virus though. Or the Kraken. What's a Kraken? Well, if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Miss Fortune. Just forget it. Ugh. But now I'll think about it forever. Ugh. Is there a kiss, or is there a robot? Oh, Kraken. If you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. Sweet Kraken, come up in front of me right now. Hello. Ugh. What's a freaking Kraken? Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking, is the Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish, you say? Well, I don't have any fish on me. I guess I won't be petting the Kraken. Ugh. Was that the fish from the bridge? I think he's happy because I saved him. You remember I saved him from the bridge? Remember? Yes, I remember. Did you see the kiss he gave me? On my mouth? Because he was in love with me. Because I saved him. Somebody loves me. Hey, Mysterious. Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that ukulele coins? That's how you pay for your rent and food, right? Miss Fortune, just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? Where? Where? So you don't know, huh? You know. I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. AGH! Stop talking! Ah, why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious. Where are you going? Oh nein, kann er schwimmen? Hallo! Das ist, was passiert, wenn kleine Frauen zu viele Fragen fragen. Das macht die Leute, die sich zu schrauben. Ah, stopp es. Ich bin ziemlich sicher, dass er gut wird. Schau, wir sind gekommen. Das wäre jetzt auch geil. Es ist nicht zu viel geworden, hat er sich einfach zu sich selbst ungebracht. Hey, halt, 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 bleib da! Mist. Okay. Jede Menge Kindspielzeug. Oh nein, es ist wirklich schrecklich. Mr. Voice? Are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide, hide! I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. Hey, Hiro! Hiro? Das ist die dramatische Musik jetzt. Oh, hervorragend. Oh ja. Hoppla. Das mal ohnehin zu fallen. Sehr gut gemacht, Miss Fortune. I will be the one the I am, Opsala. Hehehehe. Oh. Oh, hoppla. Oh dammit, my little foot got stuck. Aaah. Es ist ein Monster. Mr. Voice. Kannst du sehen? Kannst du sehen? Kannst du sehen? Leave me alone Yes, I do. I saw it Don't make any sudden moves They must have my thoughts Don't touch her with your filthy paws you beast But you're scaring him away Don't leave me alone Can I get back? No I don't know, but that's probably a very dramatic story You're too important But I want to find Benjamin He was nice to me Trust me. It's dangerous Stop running, please I don't know what's over Okay Alright Thank you. That could have ended badly Now watch your step There's a bear trap up ahead You don't want to get stuck in one of those Hurts like hell Who will leave a bear trap here? I haven't seen any bears Well, I don't want to point any fingers But it was obviously the fox Also, I don't like the fox I have what you call foxophobia Is that true? Yes, I swear Now let's focus on the eternal happiness again Huh, alright Well, I'm gonna wait I'm gonna wait I'm gonna wait I'm gonna wait Maybe I'm gonna wait Oh, this makes me think about Bobsy, you know? Did I show you Bobsy the Teddy? In the secret spot? He will be very sad to know about this, you know? these bear traps because he's a teddy bear he lives in a world of fantasy where there are no bear traps and if he will go in the woods he will see this and not know he's dying now i see papsy being killed by a bear trap that's how it is now he's dead papsy died what i'm talking about about papsy don't you listen let's keep going now misfortune bye papsy trapped dead in the bear trap freundliche bear falle gut also schauen wir mal was jetzt hier ist noch ein erfolg okay the illumination of prime will dissolve the filth of the bayern oh really interesting würde mich aber auch interessieren wenn wir den stein jetzt nicht mitgenommen haben und auch nicht misste stein wie hätten wir dann das fenster eingeschlagen und du jetzt auf einmal her die games you enjoy you can have them all oh nice what are you doing nothing miss fortune i have a couple of questions for you yeah i'm ready wonderful now just be honest and think about it before answering yeah question do you believe in magic yeah yes yes i do when mommy and daddy scream i go to my secret hiding spot and in my secret spot they never drink juice and never scream at me that's magical don't you think oh yes 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 it is my sweet child moving on second question do you trust me and i trust my own hand so yeah that makes me so happy to hear misfortune well anyway now for the third question are you afraid of dying i guess i can only hear you in my hand and i trust my own hand so yeah i am i don't know if i will like being dead it's like too mysterious you know what if i can't bring my glitter well i guess you'll find out when you die looks like there's going to be a storm oh no i hope it doesn't rain that much i don't like my feet getting wet i'm a little lady you know oh 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 hey look at that i think we're here hey look at that i think we're here hey look at that i think we're here stay cool miss fortune i'm cool i'll keep an eye out here while you go inside and look for clues i'm sure that fox has hidden the eternal happiness here make sure the cabin is empty and if you see the fox run all right hey for the fox right here's nicht weg oh 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 it looks like benjamin's good at cutting wood he must be so muscular he must be so muscular that's right that's right that's right that's right that's right he braved misfortune okay i will look around maybe i can find my eternal happiness if benjamin has it i ask him to share that prize with us and everything will be fine is this benjamin's he got some sweet style i like it what what a video player from zoo oh let's see benjamin's on tv benjamin's on tv is that the monster is that benjamin's diary is that benjamin's diary please yes i'm just gonna have a little look inside but but don't do 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 auch schon die Luzifern. Oh, ein tödlich Wurm, da unten längst, seht ihr? Den haben wir auch schon am Anfang gesehen. Okay, ich muss auf eine gefährliche Mission. Mission muss erledigt werden. Dafür habe ich trainiert. Nervös, aber okay. Ich muss mehr Selbstvertrauen lernen. Ich bin aus Sener-CD. Aha, eben genau das, was der andere hinlotsen möchte oder so. Nach Pandora gereist, als Nebel kam. Packet Dinge und Essen. Keine Ahnung, wie lange ich bleibe. Miete, Hüte. Äh, Miete, Hütte. Miete, Hüte. Bis Arbeit fertig. Aufgabe ist wichtig. Boss sagte, viele Opfer in Stadt. Brauche Mut. Nach langem Weg im Nebel, in Stadt angekommen, heißt Open Fields. Kleine Stadt hat guten Wald. Hütte sehr schön, hat Fernseher, Bücher, Schlafe auf Sofa. Schmücke Hütte. Fischbällchen riechen komisch. Aber Pilze gegessen im Wald. Nach Schlaf sehr erholt. Versuche Parasit zu finden, nicht gefunden. Erster Tag versagt. Wer sind die Begriffe? Was kann? Benji ist Angst des Parasites? Viele Opfer. In Spiele vom Parasit verloren. Kann nichts machen. Bin traurig. Schicke Nachrichten an Boss. Manche Opfer kommen nicht nach seiner Säde. Ah, sehe Parasit. Macht mir Angst. Keine Pilze mehr essen. Bauchschmerzen und viel Luft. Nicht gut. Nicht mehr Pilze essen. Pilze ernsthaft Gefahr. Fühle mich nicht gut. Gefährliche Pilze. Bleibe zu Hause. Hacke Holz und mache Tee. Und Wurzelsuppe. Schmeckt gut. Ah, poor Benji. Machen Puppen und Bilder für Opfer. Wenn sie sieht, gut. Parasit identifiziert als Morgo Code P0101222. Spielt gerne. Habe Einleitung für Schritte. Morgen Mut. Jetzt ausruhen bis Bauch wieder gut. Ah, das ist also Morgo. Oder ist das auch unser Mr. Voice hier? Eine Bauchschmerzen. Nur Luft. Gehe raus. Helfe Opfer. Morgo weiß, ich bin hier. Morgo hat alten Dreck im Opfer gemacht. Aber er macht Fehler. Hat Opfer ihn hören lassen. Oder, äh, Opfer Code Misfortune. Schöner Code. Morgo darf sie nicht haben, sagt Boss. Sie muss gerettet werden. Habe ich folgende Schritte. Aber Morgo ist halt an dem Sinn. Gruselig. Hm. Missing? A Voice? It's a monster! Ich habe keine Reaktion auf Ihren Namen. Boss schickt Nachricht. Beobachte Haus von Opfern. Schlafe draußen vor Haus. Stecke in Müll. Versage bei Finden von Parasit. Heute nicht gekommen. Großes Problem. Miss Fortune beobachtet mich. Seltsam. Backtrouble? Miss Fortune? But that's me. I bet he's in love with me. Äh, nein. Nein, Mr. Tude. Er hat eine wichtige Mission, dich zu retten. Auf zumindest deine Seele. Warum sieht mich? Hat rosa Augen. Ich laufe weg. Wird sich warm anbauen. Vielleicht geht's den Pilze wieder. Oder er lebt uns doch. Sehe Morgo alten Dreck nutzen. Opfer merkt nicht, dass alles wiederholt sich. Wiederholt sich. Muss mutig sein. Diesen Mal Parasit stoppen. Ich schicke viele Opfer nach seiner Seele. Bin Level 2 Beschützer. Ich selbstsicher. Na toll. Level 2 Beschützer. Kriege ein Level 7 Dämon. Habe jetzt Prime-Eve-Illumination-Stock. Aha. Hehehe. Das Bild unten rechts. Oh, oh, oh. Bla, bla, bla. Probier Prime-Eve-Illusion-Stock im Wald. Lustig. Hühle Mut. Übe Miss Fortune zu helfen. Sehe, sie redet zu viel. Glaub, sie ist stark und lustig. Morgo von Scham verwirrt. Habe Film zu Holz sammeln gemacht und Parasit kam. Habe ich jetzt Mut. Ich nur ein bisschen Angst. Hm. Yes, I know how to talk. He loves me. Ich sage, Boss, ich mache heute. Alle Schritte gemacht. Frühstückstee gemacht. Komisches Gefühl mit Tee. Kräuter aus Wald sind lustig. Hehehe, Kräutertee, hm? In Wald, ich glaube, ich fliege. If Benji has a boss, he has a job. Then I can be married to him. Ich mut und selbstsicher heute. Ich bereit. Oh, schade. Das war's leider. Uh, Bücher. Was haben wir hier? Okay. The meaning of love. Seht es der Liebe. Uh, man. Hatred wants to be loved. Also wenn Hass geliebt werden möchte. The fun stories of boring men. Hehehehe. Lustige Geschichten eines langweiligen Mannes. The upside of being a spirit animal. Komisch. He? Communication. Be to cooperation. Aha. Also die Freunde eines geistigen Tieres und dann die Kommunikation. Äh. Wie man, lernen wie man grau ist. Das Leben nach dem Tode. Ja. Es sieht aus, dass Benjamin sich selbst selbst bedenkt. Ich mag das in einem Fuchs. Hehehe. Lampfte Musik. Hör ich den mal ab. Mh. Mh. That tea smells like roses and lemon. I bet it's called Benjamin's blend. Because I can almost smell his boss blending the ingredients. Maybe I should try it out. Jaaaa. Natürlich. Hehehe. Mmh. It definitely tastes like his fluffy boss. Mmh. Delicious. Hehehe. Genau. I feel weird. Das habe ich genau erwartet. Hehehe. 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 Look at that. Benjamin looks so pretty in that hat. Hehehe. 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 Rena happiness. It was promised to me if I beat the game. I really want it back. We can totally share it if you want. Are you afraid of the thunder Benjamin? Don't worry. You can hold my hand if you want to. What are you? Is this a kiss? Is this really happening?!? What is that? Ihr Diary! Ich bin sicher, dass du mich verletzt hast, weil ich es. Aber ich war sehr interessiert. Ist es das Monster in dein Diary? Ich denke, ich habe ihn auch gesehen. Aha! Der Detective Maugh ist hier zu sehen. Du kannst nicht die Kinder schützen! Hier sind wir jetzt! Are you rescuing me, Benjamin? Like if I was a girl in trouble? Ah, da kommt er schon. Wir sind wieder runtergefahren. Benjamin, where did you go? Ach hey, das gefällt mir aber absolut gar nicht hier. Aber gut, ich würde sagen, das war es jetzt wieder für heute. Ach, ich mag das Spiel einfach. Okay, warten wir kurz, ich muss kurz schauen. Oh, das ist jetzt wieder ein schöneres Bild. Also gut, meine Lieben. Ich bin eigentlich daran gewöhnt, so lange zu spielen. Drei Folgen hintereinander aufzunehmen. Sag ich jetzt mal, also eben, ich bin euch Mr. Paus. Ich sage, cheerio, bis zur nächsten Folge von Little Misfortune.